Welcome to our Ice Bucket Challenge! Wir sind nominiert worden, Patrick ist nominiert worden von Johanna Picker und wir möchten diese Einladung gerne annehmen. Ich bin nun dabei, weil Patrick mir gesagt hat, dass er mich nominiert hat. Und jetzt lesen wir unsere Nominierungen vor. Also als erstes, weil es es ja nicht glauben wollte, Michel Hopfmann. Als nächstes Sarah Wurziger. Alexander Kögler. Christian Rödel. Sarah Lang. Und last but not least, Lukas Tauberls. Well done! Nein! Komm her! Komm her! Über den Kopf, über den Kopf! Ja, ich bin über den Kopf mitgesписet. Wâu! Wuh! Wuh! Aduh! Duhugi! Wuh! Oh, Juck. Wuh! Ja.